Der Junge muss an die frische Luft. Die Frage ist nur, muss der Zuschauer es ebenso tun, um diesen Film jetzt im Kino zu schauen? Ich habe bislang nicht gewusst, dass es ein zweites Buch von Habe Kerkeling gibt. Ich habe damals, ich bin dann mal weg gelesen, dann auch später den Film geschaut, fand es ganz okay. Hatte auch so mit Habe Kerkeling nie so ein besonderes Ding. Das heißt, ich finde ihn als Menschen ungemein sympathisch. Viele seiner Auftritte witzig und großartig. Im Gegenzug, ich gucke nicht alles oder würde mich auch, weiß Gott, keinen wahnsinnigen Habe Kerkeling-Fan nennen. Ja, und so erfuhr ich jetzt erst durch diesen Film, dass es halt ein zweites Buch über seine Jugendjahre oder über seine Kindheit gibt. Und ich erfuhr auch auf diesem Weg, wie problembeladen das Ganze ist. Das sind alles Daten, die mir bislang nicht bewusst waren. Ich könnte mir vorstellen, dass dem einen oder anderen Zuschauer das ebenso geht. Und der Film bringt das jetzt auf die Leinwand. Es geht gezielt um die Jahre, sagen wir mal so 70 bis 73. Und es ist ein ungemein plotarmer Film, denn er zeigt eigentlich nur die Lebensumstände, in denen der junge Habe Kerkeling damals gelebt hat. Das heißt, der ist mit seinen Eltern nach Recklinghausen gezogen, hat dort, sein Vater war meistens auf Montage, hat dort mit seiner Mutter gewohnt, nie unter einer schweren Krankheit und Depressionen litt, was das häusliche Zusammenleben sehr schwierig gestaltet hat. Und gerade in diesen Umständen zeigt der Film dann halt so die Basis, dass der sich mit seinen Witzen und Humor aus dieser unangenehmen Situation regelmäßig rausgewindet hat oder versucht hat, sich sein Umfeld erträglicher zu machen. Gleichermaßen ist der Film aber eine große Liebeserklärung an die sonstige Verwandtschaft Kerkelings, die als eine unglaublich feierwütige, bunte Mischung wilde Leute dargestellt werden, die, wann immer es nötig ist, den Jungen zum Lachen bringen und auch immer für ihn da sind, insbesondere die Großeltern. Und das Ergebnis ist ein Film, der komplett plottarm ist. Er zeigt keine große Geschichte, sondern einfach nur diese Lebensumstände und hakt ein paar Schnittpunkte und wichtige Momente aus dem Leben Kerkelings ab. Und das macht er großartig. Das ist halt, es gibt eine Beerdigung im Film, die über sehr lange Zeit oder über eine große Strecke gezogen wird, wie der Junge darunter leidet etc. Und da wird ja die Geschichte nicht weitererzählt, denn passiert ist passiert. Aber man schwelgt in dieser Stimmung und in diesem Kummer, der in diesem Moment vorherrscht. Und so geht der gesamte Film vor. Er zeigt wesentliche Schnittpunkte in seinem Leben und führt die emotional aus. Und das mit einem unglaublich lebensechten Umfeld. Also ich habe nicht in den 70er Jahren in dieser Umgebung gelebt, aber ich kann mir vorstellen, dass es genau so war. Eine Handvoll Darsteller, die absolut lebensecht agieren, so als hätte man das wahre Leben abgefilmt. Und natürlich liegt der Fokus auf dem kleinen Julius Weckauf, der den jungen Harpe Kerkeling spielt. Und da hört man von allen Seiten ein Lob, der ist so unglaublich, der ist so toll, der ist so, oh. Und das liegt daran, dass es halt stimmt. Vor allem aber gefällt mir, dass er nicht darauf bemüht ist, ich bin der junge Harpe Kerkeling und versuche auch alles so genau zu machen. Sondern es ist wirklich eine Geschichte, die könnte für mich auch funktionieren, wenn es nicht Harpe Kerkeling wäre oder wenn ich hinterher erfahren hätte. Übrigens, das ist Harpe Kerkeling. Es ist ein sehr emotionaler Film. Ein sehr leiser, sehr ruhiger, dialoglastiger Film. Ohne jeden Plot. Aber es könnte mit eines der emotionalsten Werke gewesen sein, das ich in diesem Jahr im Kino gesehen habe. Also das Publikum in dem Kino, in dem ich saß, war doch deutlich jenseits der 50. Und der Film ist jetzt natürlich nicht der breite Blockbuster. Und wenn die Jugendlichen jetzt vor dem Kino stehen und die Wahl haben zwischen dem und Aquaman, weiß ich, in welchen Film sie gehen. Wer sich aber mit der Thematik oder mit dem Film oder der Person Harpe Kerkeling ein wenig auseinandersetzen möchte oder auch mal einfach nur einen kleinen, ruhigen, sanften Film sehen möchte, der sollte hier durchaus mal reingehen, sollte es durchaus mal versuchen. Ich kann die ganzen Lobeshymnen auf dem Film absolut verstehen, bestätige sie auch und gebe dem Ganzen 4 von 5 Punkten. Wie seht ihr das? Habt ihr Interesse an einem Film über die Jugendjahre Harpe Kerkelings? Denkt ihr, das könnte euch interessieren und ja, keine Ahnung, was das und was auch immer euch einfällt, haut es doch mal rein in die Kommentare unter dieses Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zum nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017